ja willkommen dann bist du und ich begrüße euch zurück zur let's play megaman x8 wir sind jetzt hier im finale wird jetzt mal sagen oder kurz davor haben alle metalle wir haben alle rüstungsteile wir haben alle waffen bis auf eine die man nicht kriegen können und ja ich würde sagen wir gehen jetzt zu sigmas palast ich habe gewusst hier ort heißt ja ehrlich wir nehmen natürlich wieder ex und zero und wir nehmen er ja mal mit weil keine ahnung was noch nicht mal sagt überhaupt was in dieser level ich glaube das macht gar keinen unterschied mehr an welchen charakter wir nehmen also welchen navigator aber ich kann mich erinnern jetzt war ich mich allerdings ich hätte vielleicht nicht so schnell hier reingehen sollen habe ich nein okay habe ich okay ich habe chips und ich habe alle dinge so wer kommt denn hier aber mit was da kommt denn hier an den tag kann ich mich nicht mehr so erinnern ich werde auf jeden fall das gleich noch ein paar boss kämpfe kommen ich sage mal alles hier ja schon okay ich würde gerne ohne kratzer herüber kommen danke okay ja okay moment kommt hi schon wieder du Oder auch nicht. verdammt okay und ich war jetzt so lange mit ex aufwiesen sah ich könnte ihn zwar auch mit seinen eis angriffen angreifen aber nein kommt schon in flage machen wir so weit nicht einfach bis gott wenn es mir zu viel wird dann wächst sich einfach zu 0 aber läuft gerade gut halben war so lange wieder auf mit gute macht mit der luft einfach haben naja gott jetzt kommt er aus einmal zur feier des tages langsam habe ich nicht drauf früher habe ich immer so beschissene fehler nicht gemacht und jetzt habe ich dich drauf sagt gott habe und da kniet der franz nieder der mächtige bauer fett ich meine weile sieges brot ok mit halbkommen ebische lache okay ex mach auf nicht was zum funkel in deinen augen ja haha voll aber jetzt zurück schießen können warte mal so kann man sich auch so kann man sich auch einfach machen so an dem fall kann ich mich sogar neu erinnern ehrlich gesagt das wird nicht weil ich heilung gott da ist heilung habe ich mir schon gedacht also noch einfacher könnte ich mal sagt er ist schon so funkel im hauge ich habe es genau gesehen oh gott ich bin aber es leidet hier werde ich verkackten keine skills tot man gibt es auch nicht nein wo er könnte ich mal hier speedrun ich habe es auch drauf so so wie geil ich kein sein kann wie geil ich kein kanten das war gut so man war da war so gut gerade jetzt habe ich hier die dinger nicht berühren verdammt warte sagt ja geil ich glaube jetzt kommt der boss was machen da schön da war ein unnötiger tod so wer kommt jetzt ich glaube immer jetzt komme ich mein platt das volle mal hey wer bist du denn das dicken Wer hätte sich vorstellen können, dass wir auf dem Ende des Weltkrieges geschehen würden? Als der Moment, dass dein Virus in meinem System entstanden hat, die Säge wurde verletzt. Das ist dann alles begann. Die Destruction des Weltkrieges. Ich habe nicht genug gehört, Sigma. Keine Angst, Zero. Ich bin eigentlich mit dir. Es ist wegen of you, that my children are able to create this magnificent new world. That's it. The new generation Reploid born of the Jacob Project. All their copy chips containing my personal data. Now the end of the world and of you has come. Du musst mir erst nicht schon freuen. Du meinst, ich spreche keinen. Was auch immer die Ö ist, spanisch, italienisch, französisch. Egal. Komm her. Oh Gott. Ach ja, das kenne ich zwar noch. Soll ich glaube, ich habe hier runtergeschlossen. Oh nee. Okay. Wer besetzt hat, wollte schon sagen wir noch mal einsetzen. So. Hahaha. Hey. Ich fang doch gerade erst an. Ich hoffe mich so abspacken zu lassen. Das ist endlich gekommen. Ich habe keine Teile für dich und dein Kind. Hahaha. Es wird bald alles vorbei. Sigma. Wenn ich noch funktioniere, dann wird du dein glückliches Ende. Hier geht's. Zero. Du bist okay? X, du bist okay. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Let's go. What's this? Your prince arrived eh? No matter. You are powerless in the face of the ruler of the new world. Powerless. Oder auch nicht. Oh, gut. Wir haben Exips gewechselt. So, jetzt glaube ich bloß, dass ich hier mit ihm die Strategie ändert. Oh Gott. Ja, ist klar. Wie soll ich das ausweichen? Du Spaten? Ja, drehe dich mal richtig um. Das wäre sehr nett. Ha. Zweite Form. Nehm ich mal. Ist klar. Ja, vielleicht direkt darunter. Durchaus. Ist klar. Oh, da tut mir weh. Ah. Da wartet, ich krieg noch mit Ex. Oh Gott. Aber da tut mir in den Füßen weh. Ah. Da mag ich auch wieder aufzuhangen. So. So. Äh. 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 Aua. Ich mag kein weiter damit. Zack. Ist klar. So sehe ich auch aus. Aua. Äh. nicht gut ich hoffe ich schaffe ich würde mal sagen hier mache ich mit passenden schnitt also bis zum hoffentlich letzten oder vorletzten part